malzeit und willkommen bei dem wahrscheinlich ältesten broadstars spieler den es im youtube gibt nämlich so reaction wird immer mal gefordert und ich sage ich mache eine reaktion ja klar 8bit vs. surge und spike steht schon mal hier ja mal schauen was er uns erzählen hat die reaktion ist jetzt ein video auf hans trump da steht er und habe ich bis jetzt noch nicht so gekannt fand ich aber eigentlich ganz cool weil es eine richtig geile animation ist und ich schauen wir uns mal und es sind wirklich fast alle dabei die rang und namen dass ich sowas nach allem verhindern aber englisch könnte es jetzt natürlich klar im vorteil also aber kriegt auch irgendeine fehler dort schon eingepackt und es ist auch schon raus ist party time das sind ist party time das genau das im rauss im spiel das kann ja nun das wäre ja meine idee so ein skin wirklich raus zu bringen das ist so wie moorhuhn schießen da wo ist ganz gut wie moorhuhn schießen nein nein okay noch mal search alter lachs schau dir das teater an oh deutsch ok magic sword oder was 7, 8 und 8 ok mal sehen was die spielekonsole jetzt wird böser 8 bit 8 bit total 8 bit ok gefällt mir das video hat was cool ist doch noch mehr solche dinge muss ich mal schauen auf alle fälle coole reaktionsvideos dann immer so ja ne oder ja ja haha magic sword bam 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 naja mal cool wenn es mal einen richtigen film gebe über broadstars richtigen kinofilm halt das würde ich mir sogar anschauen ne get ready ok eigentlich ganz cool gemacht wie viel arbeit auch dahinter steckt das ist absolut irre hornstrump hat das zusammengebaut hier sind sie noch mal alle auf einen haufen mieter leon boxer und so weiter und so weiter und so weiter 3x10 aber natürlich vor allem mit Herzchenaugen wow und tschüss ja das war eine kleine schnelle reaktion auf das battle zwischen 8 bit und surge total geil also das war mal wirklich was anderes ähm ja präsentiert von mir vom ältesten broadstars spieler im youtube und äh hornstrump hat das ding gebaut oder hornstrump hat das ding gebaut deswegen äh ganze ehre geht an den kerl oder das team von denen und cool war wirklich mal richter kinofilm so damit entlasse ich euch jetzt kurz vor mittag und wir sehen uns bestimmt dann heute nachmittag irgendwann mal wieder wenn wir hier live streamen oder irgend noch ein tolles video raushauen deswegen immer dran denken ihr seid nicht geil ihr seid supergeil supergeil auch immer es sonst ires